Hallo und herzlich willkommen zurück zur Drarry die Krähe, heute mit Kapitel 3. Unten in der Infobox könnt ihr wie immer alle Leute, die mitgemacht haben, die Verlinkungen finden und natürlich auch das Original dieser Fanfiction, weil ich habe es nicht geschrieben, dieses Meisterwerk. Und ja, schaut da gerne mal vorbei, appreciatet die Arbeit der anderen Leute und ja, wir starten jetzt mit der Fortsetzung der Fanfiction. Viel Spaß! Kapitel 3 Your rose in hand takes your breath away As she leads you slow through the dark You know that she came to break your heart But when she moves, you fall in love again Es war nichts von ihm übrig. Als Harry vor seinen Füßen auf feuchtem Steinboden landete, regte er sich nicht. Aber Harry sah, wie sich der Umhang unter regelmäßigen Atemzügen hob und senkte. Sie waren zu flach, als dass er schlafen könnte, also klackerte Harry leise mit dem Schnabel und hüpfte vorsichtig zwei Schritte näher. Er drehte blinzelnd den Kopf, als eine Welle von Kälte über ihn hinweg schwappte und sah einen Dementor vor den engen Gitterstäben vorbeischweben, hörte seinen rasselnden Atem. Malfoy wimmerte und Harry war erleichtert über das Lebenszeichen. Er sah, dass Malfoy versuchte, den Umhang fester um sich zu wickeln und das Gesicht noch tiefer darin zu verbergen. Harry hüpfte unruhig einen Schritt vor, dann wieder einen zurück, als Malfoy sich bewegte. Er wusste nicht, was er tun konnte und fluchte ratlos, ein tiefes, grollendes Geräusch aus seiner Kehle und Malfoy machte ein ersticktes Geräusch. Dad. Jammerte er und kauerte sich noch kleiner zusammen. Dad. Hier ist eine Krähe. Sie will mich bestimmt fressen. Dad. Seine Stimme bebte und überschlug sich und war am Ende lauter geworden und etwas in ihr, vielleicht die grelle Panik, ließ Harry schwindelig werden. Er brachte Abstand zwischen sie, während Malfoy wimmerte. Das heißt, dass ich bald sterbe. Dad. Sie weiß es. Harry wusste nicht, was er schlimmer fand, dass Malfoy das wirklich glaubte oder dass er keine Antwort bekam. Stattdessen kam der Dementor zurück und unwillkürlich zog Harry sich an die hintere Mauer der Zelle zurück, als er vor dem Gitter stehen blieb und gierig einatmete. Malfoys Angst verschlang und als Malfoy heise den Namen seiner Mutter schrie und wirkte und den Kopf gegen die Kerkermauern presste, machte Harry intuitiv zwei, drei kräftige Flügelschläge und flog zwischen ihn und den Dementor. Es war eigenartig das Gefühl, als der Dementor den nächsten Atemzug tat und Harry sich gegen Kälte und Schreie wappnete und tatsächlich hörte er den Schrei seiner Mutter, aber es war gedämpft und nicht gellend laut in seinem Kopf. Er versuchte, an etwas Glückliches zu denken und die kalte Hand zu verdrängen, die nach seinem kleinen, flatternden, schwarzen Körper griff, versuchte, seine Flügelschläge regelmäßig zu lassen und merkte, dass es funktionierte. Er konnte keinen Patronus heraufbeschwören, aber er konnte sich abschirmen. Ich werde ihn hier rausholen, dachte er, breitete die Flügel zu vollem Spann weiter aus und hörte, dass der Dementor aufhörte einzuatmen. Eine ganze Weile schwebte er reglos vor dem Gitter der Zelle, dann entfernte er sich zwei oder drei Meter und Harry wandte sich rasch zu Malfoy um. Er flog zu ihm, vergaß dieses Mal Vorsicht oder Berührungsängste und landete sanft auf seiner Schulter. Er spürte, wie Malfoy sich anspannte und faltete seine Flügel nicht ganz zusammen, weil er damit rechnete, dass er nach ihm schlagen würde. Aber nichts passierte und Harry fragte sich, ob er dafür überhaupt noch die Kraft aufbringen könnte. Der Körper unter seinen Krallen fühlte sich knochig und zerbrechlich an. Malfoy hob den Kopf, nur ein wenig, und drehte ihn und starrte ihm geradewegs ins Gesicht. Er öffnete den Mund, die Augen aufgerissen, und Harry dachte, dass er schreien würde und versuchte mit seinem starren Blick irgendwie, ihn davon abzuhalten, weil das den Dementor zurückholen würde, und Malfoy schrie tatsächlich nicht. Da war Verwirrung hinter der Panik in den grauen Augen, und Malfoy blinzelte am Ende und schloss den Mund. Erleichter drückte Harry die Krallen ein wenig in seinen feuchten Umhang und spürte das Zittern, das daraufhin Malfoys geschwächten Körper schüttelte. Beben drückte er sich fester gegen die Kerkermauer, und Harry fragte sich, ob in dem Stein schon eine Kuhle erkennbar war, weil Malfoy seit Monaten in dieser Haltung genau an dieser Stelle verharrte. In der Mitte der Zelle lagen einige Brotkrusten. Manche waren verschimmelt, weil sie feucht geworden waren, andere steinhart und trocken. Harry flog hinüber und packte eine davon mit dem Schnabel. Er schluckte zwei Krümel, die ihm den Hals rutschten, bevor er zu Malfoy zurückkehrte. Er ließ ihn seinen Schoß fallen und fand wieder Platz auf seiner Schulter. Malfoy schalte hinunter auf das Brot, dann drehte er ruckartig den Kopf, und in seinen Augen lag Verwirrung und danach eine Spur von Wahnsinn. Mom muss dich geschickt haben, flüsterte er heiser und klang so kindlich überzeugt, dass etwas in Harrys Brust fürchterlich wehtat. Er klackerte mit dem Schnabel und drückte einen Impuls folgend seinen Kopf gegen Malfoys Schläfe. Das Beben, das daraufhin seinen Körper schüttelte, war ein verzweifeltes Schluchzen und er fing an Mom, bitte zu murmeln, immer und immer wieder. Harry schluckte und wankte auf seinen Schultern, als Malfoy den Oberkörper sanft vor und zurück wiegte. Er hüpfte auf den Steinboden neben Malfoys Fuß und tippte mit dem Schnabel gegen das Brot. Er musste etwas essen. Malfoy schaute nach unten, die Augen gerötet, die Lippen rau und aufgesprungen. Ich hab's versprochen, Mom, sagte er erstickt, bevor er mit langen, dünnen Fingern nach dem Brot griff. Harry wusste nicht, was er tun konnte. Er hatte Narcissa Malfoys Zelle gesucht und gefunden und war erleichtert, dass sie nicht so ausgezehrt zu sein schien wie Draco. Sie hatte Haltung bewahrt, sah still und im Schneidersitz in der Mitte ihrer Zelle, als Harry neben ihrem Knie landete. Sie blinzelte zu ihm hinunter. Der ruhige Ausdruck in ihrem Gesicht machte Harry für Sekunden Angst. Dann streckte sie die Hand aus und berührte seine glänzenden Feder, strich einen Flügel entlang und ließ die Hand wieder sinken. Ihr Blick war nicht deutbar. Sie schaute zwischen seinen Augen hin und her. Irgendwann flüsterte sie. Helfen Sie ihm! Und hielt eine helle Handfläche vor sein Gesicht. Harry drückte seinen Kopf hinein und schwor sich, dass er Draco Malfoy aus Asgaban befreien würde. Er wusste nur nicht, wie. Gedanken verloren starrte er von der oberen Burgzinner aus aufs Meer. Sturm ließ die Wellen an der Steilküste brechen. Sie veranstalteten höllischen Lärm. Harrys Federn stellten sich gegen den Wind und erfröstelte und drehte sich etwas, damit er günstiger in Windrichtung stand. Er musste zurück nach Hogwarts und von dort aus irgendetwas unternehmen. Er könnte mit McGonagall sprechen und mit Kingsley, mit Dumbledores Porträt. Irgendjemand musste ihm helfen. Er wollte nicht verschwinden, ohne sich zu verabschieden. Mit weit ausgebreiteten Flügeln flog er noch einmal nach unten, zu dem fensterartigen Spalt über Dracos Zelle. Er hüpfte hindurch und ließ sich auf den Steinboden nahe von Dracos Füßen sinken. Er hatte das Brot aufgegessen und Harry hatte den Eindruck, dass sein Atem tiefer war und fragte sich gerade, ob er schlief, als er den Kopf hob. Er sah jetzt ruhiger aus, der Ausdruck in seinen Augen nicht mehr so flackernd, panisch oder verwirrt, sondern fester. Er fragte, Kannst du mich verstehen? Harry merkte, dass seine Augen sich weiteten. Es war gut, dass Malfoy noch scharfsinnig war. Oder etwa nicht? Ein gutes Zeichen. Er nickte langsam und sah, dass Malfoy scharf einatmete. Dann bekam sein Gesicht einen drängenden Ausdruck. Warst du bei meiner Mutter? Wieder nickte Harry. Wieder ein scharfes Einatmen von Malfoy. Lebt sie. Harry nickte heftiger und die Anspannung wich aus Malfoys Körper. Er sank wieder zurück gegen die Kerkermauer und wirkte so ausgezehrt wie zuvor und Harry konnte sehen, dass er zitterte. Er zögerte, dann streckte er vorsichtig einen Fuß aus, grub die Krallen in den Umhang an Malfoys Fußknöchel und stieg darauf. Er hüpfte vorsichtig über seinen Oberschenkel nach oben, versuchte nicht daran zu denken, dass das eine wirklich eigenartige Situation war und drückte sich, als er in seinem Schoß angekommen war, seitlich gegen seinen Oberkörper. Kaum Körperwärme zu spüren, war beunruhigend und Harry fragte sich, wie unterkühlt Malfoy tatsächlich war. Er drückte sich fester an ihn und nach einer ganzen Weile schob sich ein dünner Arm um seinen Körper. Aber, Merlin, Harry würde ihm niemals erzählen können, dass er Harry Potter war, den er nachts in Azkaban in seiner Zelle so vorsichtig umarmt hatte, als hätte er Angst, ihn zu zerdrücken. Aber Malfoy ein wenig Wärme zu spenden, fühlte sich gut an. Es war das erste wirklich gute Gefühl seit Voldemorts Sturz, denn es fühlte sich so an, als würde er etwas damit wieder gut machen und als würde er wirklich etwas tun. Etwas wirklich Nützliches, etwas Wichtiges. Nicht für seine UTZs lernen oder Bins beim Lamentieren über die Geschichte der Zauberei zu hören. Er merkte, dass er schläfrig wurde. Die Reise nach Azkaban hat ihn ausgezehrt und er wollte nicht wissen, wie viel Gewicht er verloren hatte. Er würde es erst merken, wenn er sich zurückverwandelte. Er ließ die Augen zufallen. Vielleicht war es gut, eine Nacht zu schlafen. Bevor er zurückflog, dachte er mit einem letzten Gedanken, bevor er in den Schlaf driftete, Malfoys Herz mit seinem Körper vor Angriffen der Dementoren abschirmend. Während Harry über die verschneite Landschaft flog und Hogwarts langsam näher kam, konnte er nichts anderes denken als daran, wie fest Malfoy ihn gehalten hatte. So fest, dass er sich nur schwer aus seinem Griff hatte befreien können. Sein Murmeln im Schlaf. Hilfe. Bitte. Der warme Atem auf Harrys Kopf und kühle Finger, die er irgendwo an Harrys Rücken in schwarzen Federn vergraben hatte, so vorsichtig und feinsinnig, dass danach keine einzige davon geknickt oder verbogen war. Nein, Sie verstehen nicht. Malfoy muss raus da. Sofort. Harry hatte beide Hände auf McGonagalls Schreibtisch abgestützt. Er spürte Hermines entsetzten Blick im Nacken und sah, wie McGonagall schluckte. Mr. Potter, Sie waren über eine Woche spurlos verschwunden. Ich verlange eine Erklärung für... Aber sie klang gar nicht danach, als könnte sie irgendetwas von ihm verlangen und Harry war das deutlich bewusst, als ihr Blick flackerte. Sie dachte, dass er durchdrehte. Vielleicht hatte sie sogar Angst vor ihm. Er spürte das. Möglicherweise hatte er sie verängstigt, als er mit blassem Gesicht, mager, mit glühenden Augen und blind vor Zorn oder Verzweiflung hektisch in ihr Büro gestürzt war. Harry, wo warst du? Er wandte sich kurz zu Hermine um. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen und sie sah weiß im Gesicht aus. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, flüsterte sie, kam zu ihm und berührte ihn zaghaft am Arm, als ob sie erst probieren müsste, ob er ihre Berührungen zuließ. Er stieß sie weg. Ich bin nicht verrückt, fauchte er, weil Hermines offenkundige Sorge danach aussah, als siehnte sie ihn für krank. In irgendeinem Sinne. Sie brachte etwas Abstand zwischen sie, sah aber geduldig aus und nicht gekränkt. Dann erzähl uns, was passiert ist, bitte, damit wir dir helfen können. Ihre Stimme war zu ruhig. Verstand sie denn gar nicht, dass er dafür keine Zeit hatte? Malfoy aus Asgaban zu holen war doch viel wichtiger, als sich ständig zu erklären, Worte für Dinge zu finden, die er nicht erklären konnte und sich nach allem, was passiert war, darüber aufzuregen, dass sie ihm noch immer nicht vorbehaltlos glauben konnten, wenn er sie so dringend um etwas bat. Er dachte, dass nicht nur er mittlerweile gelernt hatte, seinem Instinkt zu vertrauen, sondern dass das Hermine und McGonagall mindestens genauso gut wussten. Er starrte zwischen ihnen beiden hin und her und merkte, dass er keine Hilfe von ihnen erwarten konnte. Vielleicht, wenn er vernünftig darüber nachgedacht hätte, hätte er verstehen können, dass sie misstrauisch waren, nachdem er über eine Woche einfach spurlos verschwunden gewesen war und zurückkam mit der gehetzten Bitte, Malfoy sofort aus Asgaban zu befreien. Ausgerechnet Malfoy. Aber Harry hatte keine Zeit, vernünftig über irgendetwas nachzudenken und er würde sich diese Zeit auch nicht nehmen, solange Malfoy in diesem Drecksloch festsaß und den Namen seiner Mutter wimmerte. Er fluchte, zwängte sich an Hermine vorbei und stürzte aus dem Büro. Er rannte durch die Korridore von Hogwarts. Die Schüler waren aus den Weihnachtsferien zurückgekehrt und ein paar Ravenclaws konnte er sich nur mit kräftigem Ellbogeneinsatz vorbeidrängeln. Er ignorierte ihre Proteste, die ohnehin verstummten, als sie ihn erkannten. In Dumbledores Büro angekommen, blieb er dicht vor seinem Porträt stehen. Professor, ich war in Asgaban. Die Malfoys müssen befreit werden. Ich meine, Mrs. Malfoy und Draco. Der Name schmeckte fremd auf seiner Zunge. Er rang nach Atem und Dumbledore schaute ihn über seinen Brillengläser hinweg durchdringend an. Harry, ich habe eine Bitte. Und als Harry ihn näher betrachtete, wirkte es beinahe so, als wären in seinem Gesicht ein paar neue Falten, die ihm zuvor nicht aufgefallen waren. Bereite uns nie wieder solche Sorgen. Harry schwieg verbissen und ballte die Hände zu Fäusten. Er verstand nicht, dass niemand sah, dass die Zeit wirklich drängte und sie keine Zeit für solche Nichtigkeiten hatten. Bitte, rief er und sah sich verzweifelt im Büro um, als wäre hier irgendjemand anders außer ein Porträt, das ihm nicht helfen konnte. Sein Blick fiel auf Fawkes und er stürzte auf ihn zu und sah ihn das uralte weiße Gesicht. Bitte, Fawkes. Es war ihm gleichgültig, dass er sich lächerlich machte, aber Fawkes trellerte nur traurig und Harry wirbelte herum. Ich muss Ihnen helfen. Er wird verrückt. Er stirbt sonst. Er hat mir das Leben gerettet. Er hat mich nicht verraten. Und ich habe sein Leben gerettet bei dem Kampf im Raum der Wünsche vor dem Feuer. Das schaffte eine merkwürdige Verbindung zwischen Malfoy und ihm, die ihm vielleicht erst bewusst wurde, als er sie aussprach. Es war so, als könne er ihn wegen dem, was passiert war, nicht länger hassen und ihn aus irgendwelchen Gründen nicht einmal mehr sich selbst überlassen. Malfoy hatte ihn nicht sich selbst überlassen, als sie sich eigentlich noch gehasst hatten und das wiegte viel schwerer als sechs Jahre Kleinkrieg in der Schule. Er gestikulierte Richtung Dumbledore, der ihn aufmerksam beobachtete und Harry holte Luft, um sich zu beruhigen. Sir, Malfoy gehört da nach Hogwarts. Er muss seinen Schulabschluss fertig machen. Er ist ein Schüler. Sie haben gesagt, dass jeder Schüler von Hogwarts unter ihrem Schutz steht. Ein Moment lang starrte Harry im Stur in die Augen. Dann zerzauste er sich mit einer Hand frustriert die Haare, als Dumbledore immer noch nicht reagierte. Ich will ihn hier haben, sagte er, als er seine Hand sinken gelassen hatte und es klang verrückt, selbst in seinen eigenen Ohren, aber sobald er es aussprach, wurde ihm klar, wie richtig das war. Vielleicht fand er Hogwarts trostlos, weil Malfoy nicht da war, mal Malfoy nun einmal zu Hogwarts dazugehörte, so nervtötend und grässlich Harry ihn eigentlich fand. Hier in Hogwarts, fügte er mit fester Stimme hinzu und nickte, weil er sich das irgendwie selbst noch einmal bestätigen musste. Dumbledores Gesichtsausdruck wurde mild. Du wirst das Schloss nicht mehr verlassen, sagte er, ruhig, aber bestimmt und Harry wollte ihn anfahren und erneut protestieren, da brachte Dumbledore ihn mit einem schneidenden Handbewegung zum Schweigen. Aber ich werde für Draco Malfoy und seine Mutter tun, was in meiner Macht steht. Sein Blick wanderte auf Forks und er sagte seinen Namen und senkte das Kinn in seine Richtung. Forks gab einen hohen, trellernden Ton von sich und breitete die Flügel aus. Wir sehen uns dann mit Kapitel 4 nächste Woche Dienstag wieder. Ich freue mich, wenn ihr bis zum Schluss gehört habt und lasst gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt und euch die Geschichte gefallen hat. Also, bis nächste Woche. Tschüss!